Können wir einen von dem Panzer nehmen und einfach hochfahren? Ja, ich glaube so ganz funktionieren die nimmer. Der Heim ist so schlecht. Ja, das sind wir voll alle abhängig. Na, das nenne ich mal einen Kran. Was zum Teufel war das? Die Core war das. Ich habe mit einer Leichtmassel-Rakette auf uns geschossen, kurz bevor wir die Kontrolle über die Anlage gehabt hätten. Moment mal, was? Core? Ich dachte das wäre ein UOR-Würgerkrieg. Verlierer schreiten nie Geschichte, Vaskari. Gerade du solltest das wissen. Ähm, muss man wieder was sehen? Ach so. Alles klar, da geht's rein. Ja. Da geht's rein und da geht's wieder raus und was? Ne. Du? Ach, da ist ne Tür. Okay, mal sehen was wir hier haben. Kennen wir. Sesam öffne dich. Okay, Tadak. Wir sind hier. Huch. Während des Angriffs war ich mir sicher, dass die Pizer da irgendwo hier sind. Aber das Computervirus hat unser Saal- und ausgesperrt. Ich muss euch hier erreicht haben. Ich bin ein Wort das korrigiert. Rechts ist irgendwas. Hm. Ja, dann muss... Aber ich kann ihn nicht da rein schicken gerade. Ja, Moment, da haut da noch. Ich geh doch mal weg. Hallo? Oh ja. Der möchte schon mal da rein. Vielleicht noch nicht. Ach so. Jetzt geht's wahrscheinlich. Ja. Ja. Na komm, check. Mach hin. Das Zentrifuge im Gebäude. Die Fall-Sender waren wohl dort versteckt. Zentrifuge. Verstanden. Aber nach schnell. Ein Sturm kommt auf den Zug. Ach ja. Sturm. Wunderbar. Freue ich mich drauf. Ja. Ja und du? 17er? Ach hier? Dann hörst du jetzt vor allem. Wir brauchen die ganz gern Fernlage. Gucken wir doch mal raus, was hier Phase ist. Warum gibt's das noch mal raus? Wir schauen, da gibt's Waffen. Wir gehen da rüber. Haltel Dancer. Mazka. Oh ja. Die nehm ich. Hey Barrett. Hast du zufällig mal einen Condor verloren? Eigentlich mehrere. Während ich Waffen zu einem gewissen. Ich hab einen Freund von dir geschleust habe. Nehmt was ihr findet. Okay, das ist das, was der wohl gehackt hat. Verstanden. So, wohin geht's jetzt? Ach dahinter. Warte mal, da geht's auch nochmal rein. Guck mal schauen. Ja, da ist doch was. Ein Safe. Hm. Teils. Fanden wir nämlich schon länger nichts mehr. Ich hab mich schon gewundert. Soll es ein paar sein? Fünf. Nein. Wir sind doch keinem Schwarm begegnet. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Erwarte nicht zu viel. Nach Paddocks Bürgerkrieg. Und bei dem Wetter könnten sie überall sein. Der Links ist wohl nochmal ein bisschen nass zum... Die Bollung ist voll. Na gut. Ach hallo. Da sind sie wieder. Ja. 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 Roboter wegzumachen. Genau so war. Ja. Genau so war. So. Wir haben gezwungen uns in großen. Oh fuck. Laden verpasst. Ja. Ich muss da näher ran. Ja. Ich muss da näher ran. Also. Blitz mit Sniper. Sehr gute Kombination. Ja. Ja. Ich muss da. Ja. Komm raus. Mal weg. Okay. Alle Schwarmärsche gesäubert. Ich weiß wie das gerade klappt. Ja. Wir sagten einfach. Bedeutung. 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 Das wäre nett. Hm. Bedeutung. Nee. Will ich auch nicht. Was haben wir denn da noch alles schönes? Huch! Wieso dringen wir einfach so ohne Zeichen die Tür auf? Hast du noch was? Hm. Wissen wir nicht. Okay. Teils. Noch Teile. Da ist noch ein Post da wahrscheinlich? Nee. Noch nicht. Geht nicht. Auch wieder drei Stück. Ist der nicht langsam mal ausgelevelt? Nee nee nee. Die großen Talente die kosten 10 oder 13 oder so. Weißt du was? Achso. Okay. Alle Ausgänge sind versperrt. Was jetzt? Was ist das denn da? Jack. Aktivier dich mal. Ich aktivier mal was. Da hinten ist auch noch eine Schalt, äh, Dings, ne? Tafel. Geschafft! Was hat er denn jetzt hin? Ach da. Ist da bei dir hinten noch? Ne, da ist keine Munition. Das sah nur so aus. Ja, aber Gegner sind noch da. Achso, okay, jetzt können wir hier durch. Nee. Da rechts? Ja, rechts können wir durch, aber der war schon frei. Links hat er glaube ich nur den Weg versperrt, dass wir eine Flanke haben. Achso. Dann glaube ich. Also links zieh noch gegen uns. Okay. Ja, ich seh's. Ah, das sind Roboter. Äh, Moment. Schau mal, ob ich da was übernehmen kann gleich. Ähm. Warte mal, hier kommen wir ja gar nicht drüber. Eben. Ähm. Ja. Gucken wir mal. Ach, weißt du was wir machen müssen? Jeweils auf und zu machen wahrscheinlich, so wie wir es brauchen oder wie? Eventuell. Wenn's noch geht, weil der Haken ist abgebrochen. Können wir es überhaupt noch anvisieren? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Hm. Hä? Ne. Also gut, was haben wir denn noch zur Verfügung? Warte mal, oder da hinten ist noch irgendwas? Ah ja, da ich seh's. Alles klar. Arbeit noch. Okay, jetzt kriegen wir gleich Party. Äh, da wo die anderen beiden stehen, rechts oben, ist noch so ein Terminal. Achso. Ja, Party gibt's nicht, die bewegen sich erst wenn sie uns sehen. Oder auch nicht. Naja. Ich dachte, die können wir Silent machen. Oh, hallo. Wir haben Gäste. Ah, da kommt noch. Ah, da kommt noch. Ah, ne. Das bist du. Okay, da liegt noch Muni drin. Wie auch immer wir da hinkommen. Da hoch? Ne. Ja. Achso. Wahrscheinlich wieder, ah ja, Terminal. Okay. Hopp. Ist ja praktisch, dass immer da, wo uns was fehlt, ein Terminal ist. Hm. In dieser Welt ist das nun mal so. Das Glück ist ein stetiger Begleiter. Ah. Hauptprotokonisten. Huch. Na, da geht's aber noch hoch dann, ne? Okay. Die Muni ist voll. Da kannst du nachladen. Ach, da ist noch, äh, ein paar Teilegeschäfte. Oh, für ein Stück. Schön. Okay. Dann ist hier dann wohl der Ausgang. Tja, nicht jeder, Libi ist gegen uns. Ach, hey. Äh, hallo? Äh, hallo? Ah, hallo? Ah, hallo? Ah, hallo? Ah, jetzt. Da vorne ist noch was. Ah, das sind so Roboter, oder? Ne, oder ist Munition? Das sieht nach Munition aus. Ah, das ist noch ein Teil? Muni! Oh, kein Nade-Launcher. Äh, den nämlich. Ich. 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 Oh, oh. Ich. Ich. Einzige. awiratje. Was? Ach. Ich. Ich nehme aber auch jeden Schaden mit ins Gibt. Ach, das ist ja geil, warte mal kurz. Mag' ich tú? Oder täuscht es? Was? doch wenn du rennst und die nahkampfwaffe benutzt während des renns dann rennst du danach ein ticken schneller noch mal also bilde ich mir jetzt gerade ein Centrifuge oh das sind ein haufen gegner genau check mach mal was ja das gibt jetzt gleich Schrott oder also wenn es fest tut was ja na das wird ein Schauspiel oder auch nicht hallo näher immerhin paar naja also entschuldige ich werde auf jeden fall am scheiß ich bin untergerutscht ich würde einmal sterben oh was hat mich denn jetzt hochgekickt moment also da durch jetzt sind alle wach ne nö ok jetzt sind sie alle wach ja ich hoffe dass sie äh da irgendwie ja drauf gehen das war so mein plan das sieht doch gut aus ok jetzt müssen wir da durch ne ja oh da sind schon wieder solche schleimberge ja was sagten die karte wohin müssen wir denn jetzt eigentlich eigentlich will ich doch gar nicht die mazga ja aber wir müssen da wirklich direkt in die Mitte zur Zentrifuge mhm ach da bin ich schon da naja klar ziehen wir halt zusammen schön im schön im gleich gleichmäßig oh da kommt was von außen naja klar naja oh jetzt vielleicht doch mal in der gong ne auch was zum geiler was war das denn scheiße ich gehe mal hier ich gehe auch mal irgendwo anders hin oh 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 come on anser Ah, wo das ist? Da oben ist noch einer Ne Doch, da war noch einer Noch mehr? Noch mehr? Nein, ich hab doch gar keine Ach, jetzt kommen sie von da Weißt du, ich stehe ja mittendrin und verlieren unseren Helm Siehst du, mein Helm hier, retten Leben Ja Oh Check, kannst du Mopil zinsen? Bitte? Na 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 komm schon Oho Warte mal, Moment mal, ich hab doch einen Raketenwerfer Das hat ja nichts gebracht Was? Der hat mich über die Rüstung gezogen Was? Was? Das hab ich auch noch nicht Was? Ja komm, ich brauche auch noch mal Was? Ja Was? Ja Moment Oh nein, jetzt kommt auch noch so einer Oh nö Ausdruck Oh Was zum Okay Was war das? Äh, die Zentrifuge ist abgeflogen und da in das Viech rein Finde ich gut Ja Oh Irgendwie so eine Waffe wär ganz cool Oder ein bisschen Longshot Money Das war jetzt ein bisschen unpraktisch, dass ich die ein bisschen verschwendet hab Teile Jack, sag mir, dass die Preise der OP sind Jack, sag mir, dass die Preise der OP sind Ja, so viel Money hab ich mit der Waffe auch nimmer Ja, das liegt halt jetzt schon Money rum, aber das ist halt dann irgendwie so eine Popelwaffe Ja Okay, wie hätte man das Ganze zuschauen können Oh Teils Teils Ich auch Oh, für ein Stück Ich hab nur eins zahlt Weißt du, wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarz verlassen Er hat heute schon genug Leute verloren Sorry Leute Hey, hat's mich jetzt wieder zu dir teleportiert? Nee Scheinbar irgendwie? Nee, ja, wir waren beide an den Tribünen Ja, was sagt denn jetzt das Spiel? Wohin müssen wir denn jetzt? Die Trainingsanlage verlassen Ach, wir sind direkt an der Tür, okay, perfekt Ich brauch hier Hilfe Nö, nicht Zufall Oh my Ja Okay, das geht's JD, alles klar? Ja, wir gehen einfach raus Ich trau dem JD keinen einzigen Millimeter Büger